Familie Ebert Privat Hier sehen Sie ein nachträglich zusammengestelltes Fotoalbum mit privaten Aufnahmen von Friedrich Ebert und seiner Familie. Das Album hat es so nicht gegeben. Es sind nur wenige Privatfotos überliefert, da die Wohnung seiner Witwe in Berlin während des Zweiten Weltkrieges ausgebombt worden ist. Luise Ebert schreibt, sie habe ihr ganzes Hab und Gut mit den tausend Erinnerungen an ihren Mann verloren. Nicht einmal ein Schriftzeichen ist von ihm gerettet. Über den Familienvater Friedrich Ebert und das Familienleben wissen wir kaum etwas. Die Erziehung der Kinder fußt auf den Wertvorstellungen, die von Eberts Herkunft aus dem Handwerkermilieu geprägt sind. Familiensinn, Ordnungsliebe, Fleiß, Genügsamkeit, Einsatzbereitschaft und Sparsamkeit. Für seine Familie findet der engagierte Politiker nur wenig Zeit. So sind auch die Erholungsphasen vom politischen Alltagsgeschäft nur kurz. Kurzzeitige Erholung findet er in einer Jagdhütte am Werbelinsee, in der Schorfheide, nördlich von Berlin. Sein Sohn Karl erinnert sich, Hier verbrachte der Vater mit uns manche seiner Ferien- und Wochenendstunden, die weil bisher alle Urlaube, selbst seine Kuraufenthalte in Mergentheim, durch dringende Staatsgeschäfte unterbrochen worden waren. Hier konnte er wenigstens für Stunden ausruhen, denn selten konnten es ganze oder gar mehrere Tage werden. Es waren die herrlichsten Stunden für den Vater, so alleine, nur von Sohn und Hegemeister begleitet, stundenlang im Revier herumzupirschen. Zweimal hält sich Ebert zur Kur in Bad Mergentheim auf. Hier im Taubertal will er sich von einem Gallenleiden kurieren, das ihn über Jahre hinweg plagt. Als Reichspräsident macht Ebert im württembergischen Freudenstadt Urlaub. Dort, im geliebten Schwarzwald, sind auch die Fotos vom Picknick mit Mitarbeitern entstanden. Aber auf Bergtouren mit Freunden, wie vor dem Weltkrieg, muss der Reichspräsident verzichten. Gegenüber Reichswehrminister Gessler gesteht er zum Jahreswechsel 1922 ein. Ich hoffe, dass Sie sich über die Festtage gut aufgefrischt haben. Gern hätte ich mich auch irgendwo in den geliebten Bergen herumgetrieben, aber man ist eben nicht ungestraft auf diesem Posten. Ich hoffe, dass Sie sich über die Festtage gut aufgeführt haben.